halli hallo herzlich willkommen wieder zurück unserem ls 2013 titanium mega projekt mit mc mannus grüßt euch leider mit unserem sachsen ok der ist nicht da und unsere doktor doktor der fieldwirtschaft der doktor der agrartechnologie und der hochstapelei technologie technologie die europäische rechnung die europäische europäische köln wenn die wo bist du zu schaffen mit der europäische und der gerade ansehen ach so na komm noch mal hat eine lobe bin ich doktor wie weit bist du voll herrl und so sechs sechs jahrs war alle um uns alle ist das gelohnt sich ja 100 ich stehe Oh, scheiße. Gut. Äh, Tempomat hast du noch auf 15? Äh, ja, so 15, 16. Na dann fahr mal, fahr los. Äh, gut. Halt! So, wir sehen immer noch an. Ihr seht's vielleicht. Wir sind jetzt gerade mit Feld 16 fertig. Mit Feld 14 sind wir jetzt gerade dabei. Doc drischt noch das Feld 11. Da Kobold fährt ihn ab. Und wir, ach, Feld 10 haben wir auch schon angesäht. Und der Reni kommt gerade entgegen. Das ist vielleicht nicht so ganz so gut. Aber wir müssen noch Feld 5 und 6 ansehen. Und den Doc sein Feld. Also Feld 11 noch komplett. Und dann haben wir schon wieder alle Felder angesäht. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Feld hier, das ist doch ganz schön groß. Also das ist jetzt die dritte Folge, die ich dabei bin. Und ich habe jetzt, weiß ich nicht, so Pi mal Auge zwei Drittel geschafft. Ja, ach du Scheiße. Ernsthaft? Ja, ja. Naja, das bedeutet ja eigentlich nur, dass wir uns Wenddrescher brauchen. Die 11 und die 14 sind wirklich Horrorfelder. Also da hat man wirklich allerhand zu tun. Also mit Dreschen auf jeden Fall. Also einer alleine, der ist arme Sau. Ja. Das steht fest. Aber ich denke mal, ein neuer Drescher und mehr Felder wird sowieso die nächste Investitionskette, oder? Ja, klar. Wenn dann halt, wie gesagt, wenn der Kredit abgezahlt ist, das ist ja jetzt die Hälfte auch schon weg. Na, über die Hälfte. Über die Hälfte sogar. Eine Melle schon weg. Ja. Ne, aber ich denke mal, ein Drescher auch so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Denke ich auch mal. Naja, obwohl ich bin ja immer noch einer meiner ersten Wünsche ist ja immer noch nicht erfüllt. Was denn? Dass wir Kartoffeln und Rüben mal machen. Ach so, Kartoffeln und Rüben, ja. Die Maschinen kosten nur noch. Ich glaube, der Rover Tiger und der Rover Maus die kosten nur noch die 300 bis 400 Euro. Ja, 400 Euro kostet. Aber scharpe festgestellt in der letzten Aufnahme bei Australien, die jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber egal, dass die Maus ist zum Ernten, gell? Ja, die Maus. Ne, der Tiger ist zum Ernten. Ach so, Tiger ist zum Ernten. Genau, also dass der Tiger extrem niedrige Hänger braucht zum Abladen. Logisch. Wird stimmt, ja. Ja, aber welche Anhänger nimmst du? Ja. Naja, dann halt die Dinger oder wir müssten eine Rampe einbauen, wo wir dann halt das Hinterteil auf die Rampe im Bilde schieben. Ja, da fährst du aber jedes Mal zur Rampe mit dem Teil. Was ist der Vorteil von den Dingen? Ich hab die noch nie benutzt. Also, was können die? Denk geil aus. Die sehen absolut geil aus. Aber die sind nicht jetzt irgendwie extrem viel besser als das, was halt im Spiel generell da ist, oder? Ja, doch schon. Weil die Schneidwerke sind, die umfassen mehr Ladevolumen, umfasst mehr... Und es ist halt alles animiert, weißt du? Ja. So wie halt ein Roba Tiger oder ein Roba Maus auch aussieht. Nicht so halt, die grimme Teile, ja, so sehen die grimme Teile auch aus, aber halt dieses Scheinstandard halt. Das hat halt der Tiger und die Maus und die Maus hat das halt dementsprechend nicht so. Na? Okay. Wobei ich aber da eher empfehlen würde, dass wir dort mit die Rüben anfangen, weil die vom Euronenpreis höher liegen als die Kartoffeln. Ja, könnt ihr sowieso noch Rüben machen, weil der Roba Teile ja plus Rüben kann. Genau. Und Rüben hätten auch nebenbei den Vorteil, wir haben ja zwei Maisdrehmaschinen und die machen ja auch die Rüben. Ne. Doch. Ach ja, stimmt. Hast du recht. Entschuldigung. Bei und dessen Saatmaschinen brauchen wir dann für die Kartoffeln, dann bräuchten wir extra Saatmaschinen. Stopp Renny, einmal eine Wendung aus Spanien hatte das richtig. Und da brauchen wir dann auch mehrere, weil das ja eine maximale Arbeitsbreite irgendwie 4,50 Meter. Ich mach das ordentlich. Ach, hör doch auf, ey. Das glaubt ihr doch. Ja, also ehrlich, das ist doch ein Schmus, was du hier erzählst. Rettdottor, kommst du jetzt bis runter und Hälfte wieder hoch? Ja, so ungefähr. Kriege ich schon hin. Das klingt aber auch der Perle. Könntest du dir vielleicht schon mal eine Saatmaschine Tracker, ne, nicht Saatmaschine, sondern Dünger. Die Saatmaschinen sind beide bei den anderen Bezahl in Betrieb. Achso, wir haben jetzt ja, wir sind mal ganz fleißig. Und dann hol ich, hol ich das Düngegerät. Ja, das staune ich mal, dass sie immer was macht. Ja, das läuft nur noch hier. Wir staunen, dass du anwesend bist. Ja, ich bin immer hier. Da, wo der Doktor ist, da bin auch ich. So, willst du ein Bild Doktorspielchen, ne? Jo, genau. Deswegen heißt mein Kanal ja auch LP Doktorspiele. Ha, ha, ha. Ist ja gar nicht versaut. Ist das gar nicht eindeutig, zweideutig, ne? Ja. Ja, genau aus dem Grund habe ich den Kanal ja auch so genannt. Dino. Ja. Wo bist denn du? Feld 5 und 6. Ich bin gerade bei Feld 5 und 6 an der Schule und hier ist keiner. Na, ich fahre ja gerade schon die erste Bahn. Wenn sie mich verlappen, hier ist der keiner. Warte, ich komme gerade zurück. Da, links, rechts von dir aus. Wo kann denn jetzt schon gedüngt werden? Feld 16 habt ihr fertig, ne, oder? Es können alle Felder außer den Docksense gedüngt werden. Gut, gut. Im Prinzip ja, genau. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Jetzt stellt er den Überladewagen hier genau in den Weg. Ich habe gedacht, das passt. Ja, das passt. Hätte theoretisch gepasst, aber praktisch bin ich falsch gefahren. Randy, ich fahre jetzt bei dir die Nebenspur. Fährst du dann bei mir die Nebenspur? Der Fehler lag bei mir. Das hat er nicht verstanden. Du kannst du unterwegs noch entladen kannst. Bei theoretisch. Was? Ich sag doch. Ach, da Tino ist auch da. Okay, alles klar. Hi, Tino. Ich sag, ach, Schlag. Ich, äh, ich hab gesagt, ich fahr, ach, siehst du doch, wo ich bin, oder? Mach dann einfach den Streifen, der noch übrig ist. Da wollte er mal intellektuell wirken und sagte das Wort Nebenspur. Genauso wie die Nasen-Nebenhöhlen, ne? Ja, genauso wie Kakteen und Kaktusse, ne? Ja, ja. Also Kakteen und Kaktusse sind also intellektuelle Wörter. Nee, aber Kakteen gibt's nicht. Äh, Kaktusse gibt's nicht, meine ich. Kaktusse gibt's nicht, genau. Kaktus ist kein Plural von Kaktus. Aber Kaktusen gibt das. Achso, warte, Plural, äh, Renni, die Mehrzahl. Ach, ehrlich? Er tut, er tut heute so, als könnte er mal wieder adäquat adäquat adäquilieren. Aber im Endeffekt, äh, ist sein, sein Sprachwesen, beziehungsweise sein Sprachmensum, absolut nicht gut. Und er adäquiliert an sich immer so widerwärtig. Jetzt ziehst du doch grad am Slippi vor Freude, oder? Das ist, das ist aber auch wirklich immer, ich weiß auch nicht. Also dieser übermäßige Gebrauch von Fremdwörtern finde ich persönlich immer reichlich lächerlich. Ich find's, äh, jetzt möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber jetzt mal beispielsweise meine Mutter versucht immer sich besonders gewählt auszudrücken, ja? Ähm, und da sie dann aber teilweise die wirkliche Bedeutung der Fremdwörter nicht eindeutig kennt, äh, wirkt es dann doch etwas lächerlich. Also ich sag immer ganz ehrlich dazu, die Leute, die das Wissen haben, ist mir das egal. Aber die Leute, die, die, die versuchen da irgendwas darzustellen, dem sie Fremdwörter benutzen, die sie nicht mal kennen, oder die vielleicht sogar falsch platziert sind im Satz, das soll es ja auch geben, äh, ja, da, das finde ich auch sehr, sehr lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man sollte sich immer so ausdrücken, wie, äh, also ich sag immer, ein guter Chef, der redet in der Sprache seiner Mitarbeiter. Ja, richtig, genau. So, dass, dass die ihn verstehen. Ja, genau. Und dann, ey, du, du scheiße Arbeiten, du mehr. Start-up. Ja, man kann aber trotzdem, wenn man sich einfach ausdrückt, ein gewisses Niveau einhalten, wobei wir bei dem altbekannten Thema sind. Ähm, ich weiß ja nicht, wie du dich immer unterhältst, aber ich artikuliere mich immer adäquat. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ist euch mal was aufgefallen? Das sind die einzigen zwei Fremdwörter, die rennen die, zwei Fremdwörter jetzt schon zu oft gesagt. Das wollte ich nicht sagen. Am Arsch, ich kann auch sehr schöne Wörter wie zum Beispiel Layout verwenden, ja. Ja, das Layout deiner Dachwohnung gefällt mir nicht. Das hast du aber hier bei schöner Wohnen gesehen, oder? Na, auf jeden Fall. RTL bildet ja, ne? Hast du es jetzt ernst gemeint mit meiner Dachwohnung? Nein, das sieht gut aus. Danke. Ich habe ja nur gesagt, das Layout. Ach so. Ja, für ein Dachwohnen kannst du ja nur schlecht was am Layout verändern. Abreisen. Abreisen. Abreisen, Neubauern, genau. Renny für 5 und 6 ist fertig. Ja, ja, das muss ich auch sagen. Ich sage mal, welches Haus brauchen Dach. Ja, jetzt seid ihr geschockt, ne? Ja, eben. Die Bekünder, Häuser brauchen keine Dächer. Die gibt es nur, weil sie schön aussehen. Das ist überflüssiger Ballast eigentlich. Da könnte man noch eine Etage draufsetzen oder zwei oder 15. Und die Dächer macht man auch nur schräg. Die was? Die Dä? Die Dächer macht man auch nur schräg, dass Wasser von den Fenstern abläuft. Genau. Dass dann hier, wenn ihr jetzt so einen jüngeren Cousin oder Schwester habt und die sind dann so an der Scheibe und das ganze Schmitzwasser wieselt dann so runter und das ist halt mit der Zunge abläuft. Das ist ja eine absolute Scheiße gerade. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, muss man ab und zu mal drauf hinweisen, dass ihr gerade Scheiße erzählt und das man euch nicht glauben kann. Ich bin zerkgebildet. Ähm... Ach ja, genau. Haha, wir haben ja... Ist dir aufgefeiert, Tino? Was denn? Äh... Animal hat es raus. Ja, ich drück die ganze Zeit schon minus. Warum ist denn da raus? Äh... Vor der letzten Aufnahme haben wir ein paar Mods runtergeschmissen. Ein paar Mods. Jetzt wird es interessant. Ja. Welche denn noch brauchen? Äh... Zum Beispiel haben wir das Classic Pack rausgenommen. Wir brauchen halt eh nicht mehr. Ja. Weiter? Äh... Buh. Müssen wir nachgucken. Also es waren insgesamt... Aber den Animal hat, das finde ich jetzt doof. Oh. Findest du jetzt doof? Naja, ich meine, ich sag mal, äh, gerade was das Mischfutter betrifft und so, es war eine tolle Übersicht. Naja. Und was an Stroh noch drin ist, was an Gülle da ist. Ja, Gülle. Genau. Ja, das Problem ist halt bei dem Ding, es aktualisiert nicht schnell genug. Und äh... Ja. Also ich persönlich habe immerhin die normale Ingame-Info reingeguckt und gut ist. Ich hasse die Ingame-Info. Oh. Oh. Ich bist jetzt traurig. Ein Schmolven für Tino. Will der Tino jetzt auf den Arm. Aber wir haben ja einen Bildungsauftrag. Das soll man ja weiter fortführen. Liebe Kinder, macht alle Abitur. Das geht nur drei Jahre. Ja, aber ihr habt dann hinterher bessere Chancen, um zum Beispiel Maurer zu werden oder so. Genau. Also ich sage mal so, äh, 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 damit wäre der auf jeden Fall Maurer. Da ist nichts erst mit Einstellungstest und so. Da seid ihr direkt genommen. Oder Trockenbauer oder Fliesen. Nein, das soll jetzt natürlich keine Berufsabwertung werden. Weil ich stelle dir mal vor, wir hätten keine Maurer. Also, dass du teilweise, äh, Abitur, also zumindest, äh, einen Realschulabschluss brauchst, um halt in den Jobs zu landen. Richtig. Wenn ich mir teilweise angucke. Aber das ist ein sehr schönes Stichwort. PISA-Studie. Wir sind wie immer noch die Dövsten. Nein, nicht ganz. Nein, nicht ganz. Aber immer noch ganz weit hin besser geworden. Wir haben einen Platz, die wir gemacht haben. Ja, super. Und außerdem gab es ja auch eine Studie, dass, äh, im Osten, meine Damen und Herren, im Osten sind die Schüler schlauer in Mathe, Physik und, äh, Biologier-Chemie-Warsch. Im Gegensatz zu dem Westen. Ernsthaft? Ja. Aber ich finde, dass... Aber soll ich dir mal was sagen, Randy? Ich finde, das gleicht sich wieder aus. Wir verdienen 15% weniger. Stimmt auch wieder. Das ist eigentlich, das finde ich, das Traurigste überhaupt. Dass das in Deutschland immer noch so ist. Du bist schlauer und verdienst trotzdem weniger. Was ich halt auch, äh, immer unverschämt finde, dass teilweise halt wirklich die Frauen deutlich weniger verdienen, als sie ihre männlichen Kollegen, obwohl sie wirklich die gleiche Arbeit machen. Obwohl man sagen muss, dass die Emanzipation der Frau, wenn es so weitergeht, muss man bei die Emanzipation des Mannes machen. Naja, gut, also in dem... Das Wort googelt ja einfach, falls du es nicht kennst. Das finde ich halt so lächerlich. Momentan ist ja gerade so die Phase, wir sind ja jetzt sozusagen, die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen und jetzt warten wir ja noch auf das Urteil der SPD, ob die das nun alles annehmen. Und das wird als großer Erfolg gefeiert dort. Ich weiß, wir wollen nicht über Politik, aber es wird als großer Erfolg gefeiert, dass jetzt eine Frauenquote kommt. Aber für wie viele Frauen kommt das? Für wie viele ist das? Insgesamt 1.000 vielleicht in Deutschland? Das Problem ist, selbst an allen öffentlichen Behörden, an solchen Vereinen wie Bundeswehr oder sonst was, gibt es eine Frauenquote, die muss erfüllt werden. Und das finde ich ist einfach... Ich finde das bescheuert. Und weißt du, wie sich das niederschlägt, wie die erfüllt wird? Warum machen wir gerade 15-fache Beschleunigung? Keine Ahnung, ich habe es nicht gemacht. Aber gut, dass du es sagst. Ja, weißt du, wie die erfüllt wird? Bundeswehr, ganz einfaches Beispiel. Ein Mann stellt einen Antrag als Berufssoldat. So, Berufssoldat heißt ja, du bleibst für immer bei der Bundeswehr, du bist mindestens Hauptfeldwebel und so weiter und so fort. Wem es Spaß macht, super Sache. 1% der Bewerber wird genommen. So, jetzt kannst du ja mal, jetzt überleg mal was, oder schätze mal was bei Frauen, wie viele Frauen sich bewerben und wie viel da als Berufssoldaten genommen werden. Ich nehme mal an, dass 100% von den Frauen genommen werden. Naja, also 100% sind es nicht, aber es ist, ja, bedeutend mehr. Ich finde ganz persönlich, dieser ganze Quotenkram ist ehrlich gesagt Rotze. Die Qualifikation eines Menschen für einen Job sollte einfach entscheiden, ob er sie kriegt. Und da ist es scheißegal, ob das nur ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aber das Problem ist, wie findest du die Qualifikation für den Job am besten raus? Durch einen Einstellungstest, ein Vorstellungsgespräch? Garantiert nicht, indem ich die Leute einfach in dem Job erstmal arbeiten lasse und dann sehe ich, ob sie es können. Das ist das Einzige. Und das machen aber aus, ja, viele aus, es gibt ja wenige Firmen, die, sage ich mal, aus zeitmangeltechnischen Gründen oder sonstiges, sich da noch jemand ans Bein hängen. Die wollen einen Arbeiter, jetzt sofort, weil sie ihn brauchen und er muss sofort voll da sein. Und im Endeffekt, ob der jetzt qualifiziert ist oder nicht. Jung, leistungsfähig und 50 Jahre Berufserfahrung. Also in einer halben Stunde Einstellungsgespräch, lüge ich dir das Blaue vom Himmel. Ja, das Ding ist, du kriegst halt so, als Personaler kriegst du schon relativ gut mit, eine einzige Sache, aber eigentlich nur während dieser Einstellungsgespräche, ob die Leute zu dir ins Team reinpassen. Das kriegst du relativ gut mit und das merkt man, wenn man relativ, wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis hat, merkt man, ob einem der Typ da was vor Schauspiel hat oder ob der tatsächlich so ist, wie er sich da gibt. Ja, das mag schon sein, aber... Du merkst ja spätestens dann, wenn er ein paar Tage arbeitet. Dafür gibt es ja wiederum die Probezeit. Probezeit bei den meisten Firmen und so und dann merkst du das spätestens. Ich hatte ein Jahr. Ein Jahr Probezeit. Ein Jahr Probezeit. Das ist natürlich echt heftig. Also, als ich damals meine ersten Jobs so angenommen hatte, da waren eigentlich drei Monate Probezeit, waren schon fast lang. Also mittlerweile hast du zwischen ich glaube, ein Vierteljahr und ein halbes Jahr. Also wenn ich es ganz genau nehme, hatte ich ein Jahr und drei Monate. Drei Monate Probezeit, indem ich ohne Angabe von Gründen sofort entlassen werden könnte. Und ein Jahr, da war es dann nicht mehr ganz so einfach. Aber es war halt auch Probezeit. Und das war ein Jahr und drei Monate ging das bei mir. Aber gut, das ist natürlich in meinem Jobfeld, das, was ich jetzt mache, ist das normal, sage ich mal. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Standard! Und Standard ist es auch, dass wir die Folge werden müssen. Tut mir leid. Juhu! Gut, okay. Dank Kobold. Gut. Ja, aber schreibt in die Kommentare rein, wie viel Probezeit habt ihr so in eurem Job? Genau, überall reinschreiben, nur nicht. Zehn Jahre Schule ist immer Probezeit. Wir sind nämlich jetzt am Ende. Genau. Also, auf Wiedergeschaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüssh, Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018